Und was ist das? Dafür ist Jade also gestorben. Für dieses armselige Ding. Rhaiz hat sie wohl fallen lassen, als er in Deckung gegangen ist. Oh Mist, das sind nur die Gewebe-Proben. Wo ist das andere Paket? Fahr zur Hölle, Crane. Rutscht, Tahir. Du siehst ja ziemlich mitgenommen aus. Von solchen Wunden erholt man sich für gewöhnlich nicht. Dann bring es zu Ende. Nein, nein. Ich sollte dich leiden lassen, so wie du es verdienst. Ja? Warum tust du es nicht? Weil man bei Typen wie dir auf Nummer sicher gehen muss.